vielleicht kann man das sehen hier ist ein faden gezogen und ich werde das jetzt reparieren ich halte mir das ganze über dem finger und das heißt ja dieser faden kommt irgendwie aus diesen maschen oder aus diesen maschen direkt daneben und dann versuche ich die reihe zu finden da wo sich der faden bewegt man gehe ich immer ein stück weiter und sie ihn immer ein stück kleiner such mir den nächsten sie denn wieder fangen dann wieder neben der masche an andere seite die ganze reihe durch und ziehe immer wieder dass alle maschen gleich groß aussehen noch haben wir hier ein loch zu sehen müssen wir gucken welche maschen sehen klein aus dann gehe ich wieder in die richtung immer ein steg neben dem anderen und den ziehe ich dann immer ein stück hoch und immer immer etwas weniger bis die maschen daneben alle gleich groß sind dann mache ich das wieder an der anderen seite und irgendwann ist alles verschwunden weiß nicht ob man das bei der farbe so sehen kann das loch ist weg